Jolie wird jetzt mit Hälsung von der zwei Leidenschafts-Service-Community mit dir wieder runtergelassen. Wenn sie von nach oben runterfahren würde, wäre sie viel, viel zu schnell. Das Team und Special hätte egal, dass sie mit der Leidenschaft runtergelassen. Und wenn sie gleich losgelassen würden und auch den Kicker zugreischt, dann müsst ihr komplett auslassen. Ich rechte mit euch jetzt sofort an. Kommt schon, das ist ein wenig, das ist ein wenig! Jolie! Oho! Ja! Hahahahaha! Jolie McHugh ist der Figur! Kommt schon, das ist ein wenig! Da sind wir noch mal die Zeit, Uwe. Unglaublich hier leichte Schräglage gekriegt, aber trotzdem kein Problem. Also noch mal einen Blicker Applaus für Joe Liddy.